So ein Drecksack. So ein Drecksack. So ein Drecksack. So ein Mist, aber auch. So ein Mist, aber auch. Ach komm, kloppt ihr euch da oben. Wir schieben den das nächste Mal. In den nächsten Mal schießen wir mal. Dann schieben wir ins Ziel und dann ist gut. Dann assistieren wir uns. So. Okay. Ist ein bisschen blöd, aber 5000 Punkte von 600. Plus das, was noch kommt. Oh, ist das schon das, was draufkommt? Ich weiß es nicht. Wow, der war gut. Von oben hat er auf mich runtergeschossen. Mhm. Mhm. Puh. Das war ein Drecksacker. Unglaublich. Durch den ihre Base durch wäre natürlich eine Möglichkeit, aber die ist sehr riskant. riskant. Oh, riskant? Das ist ja nicht schlimm. Solange es funktioniert. Das hat mich noch ein Sniper erwischt, war ja klar. Schön. Oh, komm, die letzten Meter. Oh, komm, die letzten Meter. Oh, komm, die letzten Meter. wie sieht es denn hier aus punktemäßig hauptsache punkte hauptsache geld hauptsache 83 tja stimmt die punkte könnt ihr mal hochsetzen dann würden wir auch mehr kohle bekommen aber dafür dauert es dann auch im endeffekt nicht so lange also das ist jetzt die frage länger spielen für mehr punkte oder naja mal kürzer spielen für weniger punkte aber dafür öfter im endeffekt ja 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 Mist Dass sie die Ziele genauso daneben kriegen Das ist ein bisschen nervig Bisschen nervig Na gut Wieder mal nur mit drei Schüssen Hm 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 Mist Einfach ein bisschen heftig drauf Ah Wieso hast du den nicht Hm Hm Hatte der noch Spawnschutz Oh Mist Spawnschutz Was ein Blödsinn Gut Das war so klar verdammt Wie bin ich überhaupt da lang gelaufen Macht doch eh keinen Sinn Macht doch eh keinen Sinn So Jetzt geht's erstmal hier hoch Was ist das Was ist das Was ist das Was ist das Okay, das wird jetzt krass. Oh. Lass mich durch, ich hab Gold. Ich hab keine Ahnung. Er bewegt sich nicht mehr. Schön. Gold für uns. Natürlich, da habe ich dann zuerst. Klar, jetzt habe ich dem anderen Deckel getrieben. Aber, hm. Okay, da oben sind unsere Jungs. Ich hab eine Deckung. Es gibt eine Deckung. Lass mich nicht jemanden in den Rücken schießen. Ach, ja. Schauen. Boah, da war einer. Wo kommt der denn her? Oh, ich soll bloß aufhören, irgendwo sind das gut zu ballern. Nur noch mehr mit den Nerven. Ob das einer gecheckt hat, dass ich da gerade... So wird den ja nicht angezeigt. Glaube ich. Guck ich. Okay. Ungeschlagen an der Spitze. Ungeschlagen an der Spitze. Unglaublich. Komm schon, du bist ein Schadfütze. Du musst ihn doch mal klein kriegen. Nee, ich kann jetzt nicht alles erledigen. Kann ich Punkte machen, Leute killen und... So viel auf einmal geht dann auch nicht. Oh, nein. Wir kommen auf, wir sind im Moment die Leute vorbei. Lass mir mein Gold da liegen. Oder bringt's weg zum Ideal. Da habt's doch... Punkte. Glück gehabt. Ich hab noch mehr Glück gehabt, weil ich da einen gesehen hatte. Wow, ich hab noch mehr geholt gehabt, als ich in dem Moment gerade. Oh, hey. Äh, ja. Wie das viel zu viel aufs Spiel konzentriert. Wollt ich mal sagen. Ach, dämlicher Sniper. Der ist ja weg. Und Granate. Lass ihm bleiben. Bis zum. So hab ich denn doch noch Feuer abgekriegt. Hm. So, ein Nuss, den wir mich auch noch abgezogen haben. Ah, shit. Zu wenig. Gut. Iron Man. Mach mal ein bisschen was, du Iron Man. Sonst, äh, wird das hier nichts. Gut. Danke, Leute, für die Feuerunterstützung. Mhm. Ja, das war natürlich jetzt grad. Vielen Dank.